Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei City Skylines und ich habe den dritten Meilenstein erreicht, während Jenny da noch ein bisschen rumgeführt. Du Arschgeige, du. Ne, Jenny? Ja. Was ist los? Bist du nicht da? Jenny, bist du jetzt böse? Du bist eine kleine Arschbeige. Die hat schon den dritten Meilenstein. Wir bauen die Schule voll direkt an die Hauptstraße, klar. Macht jeden glücklich. Ähm, Grundschule? Na los. Kapazität jetzt verfügbar. Finde ich gut. Oberschule kann man sich leisten, 24.000. Das dauert noch ein bisschen. Ich mag meine kleine Vorstadt. Ich habe so eine Art kleine Vorstadt gebaut. Und da hinten diese komische Industrie muss noch weg. Nein, sie schreien nach Müll. Und ich habe kein Geld. Leute, Parkheim. So. Ja doch, damit ist die Abdeckung ganz gut. Kik, kik. Äh, Wohngebiete. Oh mein, oh mein, oh mein. Geht aber so langsam auch das Geld aus. Haha. Haha. Na warte, du. Na warte. So. Und hier, genau hier kommt ein Dönermann rein. Warte. Ja, ne, da. So. Oder eine Donutbude. Ich habe ein Müllproblem. Magma. Müllproblem. Oh, warte mal. Es ist gut, dass ich es sage. Also, wir können doch keine Müllverbrennung bauen. Also, bei mir ist es sechs Prozent. Und es sind nicht alle Fahrzeuge in Verwendung. Ich habe ja noch nicht mal eine Müllhalde. Die muss ich mir ja jetzt gleich bauen. Ach so. Deswegen. Verstehe. Haben sie ein Müllproblem. Vielleicht kommt wieder ein lustiger Tweet rein von wegen, wo sind die Müllwagen? Niemand holt unseren Müll ab. Das kann durchaus sein, ja. Was? Wasser? Ach man. Solarsonne in Sonnenorbit geschickt. Folgen sie ihrer Reise auf Striper bei AdSolarsonde Ad Hashtag. Keine Ahnung, weißt du? Ja, die läuft. Die hat... Ob, ob, denn die ist oder was? Okay. Die zidische Versorgung für alle. Bürgermeister unterstützt Bildung. Bürger sind dafür. Ja, doch. Also, er freue mich, wenn die nächsten Straßen kommen. Ach, warte mal. Siehst du, ich wollte doch mal schauen. Hier, Audio mal ein bisschen. Hup. Hup, Hup. Wasser ist noch gut. Strom. Oh nein, ich habe kaum noch Strom. Nein. Ich werde so zugrunde gehen. Die Leute beklangen. Ja, Strom könnte bei mir demnächst auch ein Problemchen werden. Ich könnte hier noch eins bauen. Sieben. Wind. Nein, 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 nein. Nein, ist schlecht. Kein Geld. Jetzt haben sie wieder Strom. Ich raffe es nicht. Jetzt haben sie keinen Strom. Verwirrung. Ja, ja, aber es ist zu wenig halt. Manchmal reicht es nicht. Reicht nicht für alle. Ich würde sehr gerne diese... weil ich hier mal vorspulen. So, ich würde sehr gerne die Oberschule bauen. 24.000. So, noch ein bisschen schüffeln hier. Yay, Meilenstein! Wir können jetzt auch ein neues Gebiet kaufen. Na, wird er. Wir können jetzt Forstwirtschaft und Landwirtschaft machen. Das ist schön. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Das heißt, wir färben oder malen uns jetzt dieses Gebiet hier ein. Stopp. Jetzt kann ich die Rohstoffe gucken. Also, ich weiß gar nicht, was ich gerade zu tun habe. Aber es ist so viel anders schick. Jolle, wir sind so geil. Wir haben genau gegeneinander gebaut. Mein Industriegebiet liegt auf dem Erzbereich. Also, Kreuzungen sind allgemein ziemlich schlimm für den Verkehr. Also, wir können jetzt mal schauen. Der Verkehr ist hier. Da seht ihr schon, das ist alles rot. Das ist jetzt schon... Oh Gott! Es wird später noch schlimmer. Wesentlich schlimmer. Wir sprechen aus Erfahrung. So. Brauche ich das jetzt runter oder... Ja, ich glaube schon, ne? Ach, ich wollte... Ich will eigentlich die Oberschule bauen. Ja, tu das. Schneller. Schneller. 24.000. Das habe ich mal nicht eben so. Ich könnte jetzt die Steuern auch erheben. Das gilt auch. Das war hier unten. Ne, war nicht hier unten. War anders. Hier. Soll ich jetzt noch mal definitiv in den Strom investieren. Gib mir all euer Geld. Strom investiert. Man kann auch Straßen upgraden. Das werde ich mal machen. Oh. 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 Shit. Irgendwie läuft das im privaten Spiel besser als hier. Leute, guck mal. Ich lasse mal die Klinik umziehen. Die zieht jetzt hier um. Es gibt halt so eine Umzugsfunktion, die uns, ich glaube, nur ein bisschen Geld kostet. Das ist richtig gut. Wir haben hier einen Brandley Evans, der geht zur Arbeit. Er arbeitet beim Drugstore. Grüß mal Brandley Evans von mir, bitte. Ich soll dich schön grüßen. Ich soll dich schön grüßen. Wir verfolgen ihn jetzt. Ich werde diese Oberschule niemals erreichen. Wir verfolgen ihn jetzt. Ich will wissen, wo er genau arbeitet. Der läuft zu Fuß wohlgemerkt, ne? Hat er keine Ahnung? Aber er ist zu Fuß unterwegs. Das ist ja auch noch Upgrade, ne? Komm, dann mach ich das mal. Wahrscheinlich richtig miese jetzt, weil sie sich alle neu aufbauen müssen. Machen wir vielleicht mal nicht so viel. Gromfeld. Ja, sie bauen da schon. Wird doch. Hört auf zu meckern. So, wir müssen jetzt mal... Ach nee, komm. Ein Eisladen, nehmen den nächsten Eisladen. Daneben kommen drei Burger, vier Burger, fünf Burger-Läden. Unglaublich. Unglaublich. Also die Bewohner ernähren sich nicht wirklich, ähm, bewusst, muss man sagen. Nicht wirklich. Ach kommt jetzt. Ihr hättet doch jetzt hier bauen können. Wieso, wieso, wieso? Warte mal hier oben. Jetzt, wir legen mal dieses neue Gebiet an. Und zwar, wenn jetzt einige schreien, das sind doch Wohngebiete. Nicht so schlimm. Wir werden das gleich kennzeichnen, als, ähm, hier so ein Gebiet. Warte mal, zack, zack. Gut. Man kann das so schön einkriegen. Hier oben vielleicht noch ein bisschen so. Und zwar wird das Gebiet, ähm, was haben wir gesagt? Ist das hier? Ähm, fruchtbares Land. Also müssen wir Agrarwirtschaft daraus machen. Wenn die sich alle wieder abbauen, ist aber nicht so wild. Agrarindustrie. Dann gibt's hier Schweine im Dorf. Machen die dann so, ne? Irgendwie. Hier ist so eine Farm entstanden. Hier weiß ich nicht, was hier hinkommt. Ich werde jetzt auch mal das ganze Gebiet markieren. Das geht hier runter. Nach oben. Okay, merken. Ähm, zack. Jolle redet von diesem Bereich hier. Den werde ich jetzt auch gleich zur Hingeskuh machen. So, und hier oben war noch ein Stück. Warte mal. Das sieht ja aus. Haut das so hin. Noch ein bisschen hier lang. Das ist jetzt unser Highland Park. Ach ja, den fehlt Wasser. Oh, Gott. So, jetzt habt ihr aber hier so rum und das. Perfekt. Ups. Ne. Kein neuer Distrikt. So, egal, was ich jetzt also hier an Industrie hinpflanze, es wird immer Agrar sein, weil ich das jetzt so bestimmt habe. Hast du fein gemacht, Jolle. Ich bin stolz. Ich will das ja auch erklären, was ich hier mache. Ja, ich habe auch, ich habe jetzt auch nämlich gerade die Agrarwirtschaft Oh, und es wird bald Strom hinzugefügt. Weil sie so schön naturig ist. Nein. Weil sie hier so freund ist. Komm, gib mir da acht. Wer bietet mehr acht? Hier. Bam. Habe ich ja direkt reingebaut. Oh. Abwasser hatte der Quatsch-Zulauf hatte gerade keinen Strom. Das ist schlecht, Jolle. Blümme. Aus. Ja, sie könnten noch eine Feuerwehr gebrauchen. Da. Oh, ich kriege gleich die Faxen hier. Oh Gott, ich habe meinen ersten Stau. Ich habe meinen ersten Stau. Ich brauche, ähm... Oh mein Gott, ich brauche den Kreisverkehr. Der Große. Noch 2000... Oh nein, noch 500 Einwohner, dann kann ich den Großen bauen. Ja, aber ich habe hier vorne auch eine Kreuzung. Die muss dann auch über kurz oder lang weichen, glaube ich. Also bei mir staut sich's bis zur Autobahn. So schlimm ist es Gott sei Dank noch nicht. Also sie stecken oben im, ähm... Diesen Zulauf fest. Das ist nicht gut, Jolle. I know, I know. Ort ist bereits belegt, dass die Feuerwehr... So. Ich hoffe ja, die bauen jetzt hier schon. Ah, guck mal da. Kein Strom, ja, ich weiß. Hier kommen ganz coole Häuser hin. So richtig schön in der Natur. In der Natur. In der freien Wildbahn. Ja, ja, Strom. Ist ja gut. Was kommt da jetzt hin? Hm. Es entsteht was. Yay. Meine Kriminalität. Haben wir unseren ersten Park? Die wollen... Oh. Das Geld. Das liebe Geld. Ja, das liebe Geld. Überleg gerade, wie ich das hier umgehe, dass später so ein Verkehrschaos... Kann ich dir nicht verraten. Kann ich... Nein, ich brauche so eine Straße nach oben. Damit dieses... Also dieses Gebiet, wenn man dann noch irgendwie mit, ähm... Mit Wohnungen zu klatschen. Aber dann müssen die irgendwie... Die können nicht nur von der Straße kommen. Das wäre fatal. Fatal! Das wäre echt fatal? Oh, shit. Ich habe die Fettstraße hier gesetzt. Aber man kann ja Straßen abgräden. Abgräden? Abgräden, genau. Und dieses kleine Stück kann hier weg. Ja, der steigt wieder... Es ist immer so ein Mischmasch, ne? Also wenn du wieder Wohnungsgebiete baust, dann steigt die Nachfrage nach, ähm... Gewerbe und es hört nie auf. Das ist ein letztendlich... Schlimm. Nie Endes Katastrophen. Genau. Gebiet. Richtig. Aber wir können ja auch schon das zweite Gebiet dazu kaufen, ne? Ich kann ja mal gucken, was wir hier überhaupt haben in der Nähe. Es steht auch... Warte mal, ich mach mal Twitter zu. Hier gibt's nochmal Öl, Erze und, ähm... Ja, pipapo. Und wir haben... Ach, hier ist die Eisenbahn. Die brauchen wir früher oder später auch. Aber wichtig ist es, dass wir dieses Gebiet mit der Autobahn kaufen. Autobahn ist wichtig, ja. Dass du die Autobahn ausbauen kannst, beziehungsweise die Stadt besser anbinden kannst. Hier gibt's auch noch ein Stück Autobahn. Das wäre ja auch klasse, wenn man hier das so reinleitet. Aber das ist viel zu lang. Das werden die wahrscheinlich gar nicht benutzen. Und das Gebiet mit dem Strand, das würde ich auch haben. Das ist zu viel. Aber noch ist es ein bisschen zu teuer für uns. Also wir haben bald ein Stromproblem. Wasser müsste noch gut... Wasser ist noch genügend vorhanden. Aber meine Kriminalität, alter Verwalter, mein ganzes Wohngebiet, sind überall Verbrecherküppel drüber. Ja. Was ist eigentlich? Gesundheit, Müll, Wasser, Feuersicherheit, oh. Kriminalität, 3%? Also ich kann nicht mehr kennen. Ich war noch eine Feuerwehr. Ich hab nicht genügend Geld. Dass die nicht reicht für hier unten, ne? Mann. Jetzt krieg ich gleich mein nächsten Meilenstein. Das ist immer so pessimistisch und gemein. Ich will auch meinen nächsten haben. Es dauert nicht mehr lang. Meilenstein! Es hab die boomende Kleinstand. Ähm, einzig... Oh, wir haben Bus! Bus, Bus, Bus! Freizeitennutzung, Recycling, Neblatt, Kreuzung... Oh ja, oh ja! Super, ich hab die Kreuzung... Und das... Kreuzung, auf die Johannes lange gewartet hat. So, dann warte mal ganz kurz. Stopp. Also hier staut sich's ja schon wie blöd. Dann muss ich jetzt doch mal das Gebiet kaufen. Kaufen mal. Bei mir laufen die Kühe frei rum. Ich hab's gekauft. So, jetzt können wir hier uns auch frei bewegen. Ich hab hier drüben das Weizen angebaut. Och nein, wie cool. Wo baue ich das denn? Warte mal. Darf ich das überhaupt mit 42.000? Gucken. Komm schon. Ich brauche nicht mehr viele Einwohner. Wachset! Das Autobahnkreuz wär auch gut. Dann geht das später... Das nehm ich mal. Oh. Hier ist es nicht verbunden. Man muss die, ähm, Autobahn... Also das ist jetzt... Warte, das ist die Autobahn. Man muss sie immer direkt inziehen, wie sie fahren. Dann verbindet sich das erst. Also von hier nach hier. Und von dort nach dort. Und dann hab ich mein... Yay! ...das Autobahnkreuz. Bam! Jetzt kommen sie noch von... Das ist halt hier noch ein Stück Autobahn. Das werde ich jetzt hier beide so ranziehen. Und dann haben sie einen zweiten Eingang. da drauf. Dann ist das zwar hier schon Autobahn, aber wen stört's. So. Was geht's? Weiter! Oh, warte. Hier fehlt die Anbindung. Hab ich falsch gemacht. Mal wieder. Langsam, aber stetig ernährt sich das Eichhörnchen. So. Ja, ist echt so. Brei schwebende Katzen sind das neue Gespräch. Das ist ja immer im Internet. Meine Einwohner sind verraten. Mein neister Tweet... Ach. Ad Bürgermeister jetzt. Oh, jetzt ist er weg. Meilenstein! Yay! Meilenstein! Das heißt... Jetzt beschweren die sich schon wieder, dass wir da oben Landwirtschaft haben. Das kann nicht sein. Polizei! Und damit ist das Verbrechen ausgerottet. Mo, ha, 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 ha. Oh, hier staut es sich immer noch. Was ich machen könnte, wäre noch eine Straße von hier nach oben. Kann das Kraftwerk umziehen? Kannst du umziehen? Ja, super. Komm mal hier ran. So. So, jetzt habe ich auch mal meine Bildung gebaut. Das könnte ich auch noch mal in... Nein, könnte ich nicht. Ich habe keinen Strom. Oh Gott, das ist Chaos. Verkehrschaos. Was ist das Glück ist hier? Ja, hier sieht es aus. Ach kommt, jetzt benutzt doch auch wenigstens die Auffahrt. Also das hier hinten werde ich denn... Ich weiß nicht, was wir hier hinbauen. Das wird schon. Oh, Wasser. Jetzt hat es das Stromproblem ein wenig gelegt. Also Strom ist bei mir langsam... Achso, ja stimmt. Ich habe ja die neue Turbine bekommen. Die sollten wir bauen. 12.000, das haben wir ja auch gleich. Bitte, gib mir Strom. Komm. So, nach und nach kann man Sachen bauen und errichten. Dann packe ich das hier hin. So. Verbinden wir jetzt noch? Dann haben wir ja... Mehr Strom! Wasser brauchen wir auch wieder ein bisschen Verstärkung, Abwasser und... Oh mein Gott. Aber jetzt fängt es langsam an, chaotisch zu werden. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe einen Park gebaut. Hier ist er mal ausgezogen. Da seht ihr, Park. Bravo. Mit Sitzgelegenheiten. Oh, mir fehlen die Arbeitskräfte. Dann bauen wir jetzt hier so ein Raster hin. Ja, dann bauen wir hier ein Raster. Ich brauche auch mehr Wohnungen. Baut. Wachst und gedeiht. Irgendwie habe ich eine Art amerikanisches Viertel gebaut, so mäßig. Ja, ich bin auch gerade dabei. Aber ich finde, das ist auch immer noch praktisch. Ja, es bietet sich tatsächlich auch ein bisschen an, das so zu machen, ne? Ach Gott, ähm... Hier machen wir Gewerbe hin. Was sagt eigentlich mein Müll? Fünf Prozent voll. Ach, das geht ja noch, ne? Meine Nachbarn kloppen schon mit der Arbeitsstrecke. Ach, du ahnst es nicht. Das war sehr verstörend. So, Storm geht jetzt langsam. Oh, ich habe meine... Oh nein, ich habe die ersten Leichen. Das ist nicht gut, Joran. Nein, 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 bitte, bitte. So, Friedhof gebaut. Alles gut, alles schick, entspannt euch. Alles ist gut. Friedhof mitten in der Stadt finden die Bewohner übrigens toll. Also... Ich weiß ja nicht, ob ich neben dem... Ich wohnen neben dem Friedhof. Ich brauche Strom, ich brauche auch mehr Geld. Na. Oh, das ist echt ein bisschen mies. Ich bin von dem neuen... Ich bin sehr weit entfernt von dem neuen Meilenstein irgendwie. Gefühlt. Ach Jenny, das wird schon irgendwie... Bei mir ziehen die jetzt auch schon wieder aus hier. Oder verlassen Gebäude, besser gesagt. Oh, die Straße hat sich nicht entlastet, so wirklich. Was ich jetzt... Oh nein, ich habe hier auch einen kleinen Stau. Guckt, hier staut es sich jetzt. Oh, ich muss hier noch die Straße upgraden, um Gottes Willen. Naja, es wird, Leute, Freunde. Wir sehen dann mal weiter, wie es wird in der nächsten Folge. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wir würden uns über Kommentare oder einen Daumen hoch freuen. Und ja, Stan und Tütö sagen. Genau, macht's gut. Ja, Tütö und Jenny. Bis dann, tschi.